Ratschale! 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 Ihr seid nur Rattensfänger auf der Jagd nach Idioten Versprecht die Freiheit, doch dann wird sie verboten Ihr dreht eure Fadenwind, wie sie am besten wählt Klang von der Macht, Flaschernleiche neuer Welt Ihr seid nur Rattensfänger auf der Jagd nach Idioten Versprecht die Freiheit, doch dann wird sie verboten Ihr dreht eure Fadenwind, wie sie am besten wählt Klang von der Macht, Flaschernleiche neuer Welt Nürnberg, das war mega fett Leute, vielen Dank Wir hatten ein paar technische Patzer, ihr habt sie uns alle verziehen Es war der Hammer, die Stimmung war total genial Und wir freuen uns auf die kommenden Shows Auf die kommenden Shows Wir sind nächste Woche in Bochum Wo unter anderem, nicht nur unter anderem Wo Eisbrandt ihr Debütalbum feiert Feuertaufe kommt am 4. Oktober in den Markt Und wir feiern dieses Ding in Bochum Und danach geht es weiter nach Lübeck Und die Woche drauf noch in Aarburg Also wir sehen uns auf dem Rest der Rookies in Kings Tour 2019 G-Raz